Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix Randomizer. Beim letzten Mal haben wir uns dazu entschieden, in das Land der Drachen aufzusteigen, wollte ich gerade schon sagen, aufzubrechen. Und sind jetzt kurz davor, hier in der Höhle Feinde zerschnetzeln zu dürfen. Kriegen hier eine High Portion und eine Waffe für den guten Donald. Ich wollte nicht ins Journal. Ich wollte eine Waffe für den guten Donald überprüfen. Deswegen hat Fire Boost statt Draw. Ich meine, er hat noch kein Feuer, aber es gibt ihm trotzdem bessere Magie, das heißt er heilt minimal mehr. Also warum nicht? Ja, und dann, wir kommen im Höhlenkampf. Hm. Ich wollte gerade sagen, der hat irgendwie nicht so ganz gut gesessen, der Magnet, aber er hat gereicht. Äh. Ah, stimmt, ich kann nicht summonen, weil ich keine zwei Partymember habe. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt mal keinen Drive-Home einsetzen, aber ich kann ja mal einen Summon benutzen. Aber, nee. Kann ich nicht. Die Idee war gut. Die Tatsache, dass es nicht funktioniert, ist das Problem. Oh, erledigt. Das war einfach. Uh, haben wir ein Vitryl-Kristall gekriegt. Und Ping hat Hyper-Healing gelernt. Als kleiner Bonus. Das sollte Ping eigentlich noch nicht haben. Ich glaube auch auf dem Level noch nicht. Normalerweise ist man nicht um die 20er im Level, wenn man hier hinkommt. Und von daher ist es schwer zu sagen, ob man normalerweise in dem Level Hyper-Healing eigentlich normalerweise lernt. Und ob das jetzt reine Randomizer-Sache war. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Erstens können wir uns hier noch ein Puzzleteil abholen. Und können hier noch eine Schatz-Zoo abholen. Dann können wir noch mehr Feine erledigen. Und können uns dann entsprechend noch eine Schatz-Zoo abholen. Mit einem schönen Serenity-Gem drin. Und dann ist hier irgendwo noch ein Puzzleteil. Glaube ich. Ja. Ist etwas schwer zu sehen, das Teil. Warum ist das Ding nicht genau an der Wand? Okay. Wunderbar. Da haben wir doch... Sind das die letzten beiden Awakening-Puzzles? Ich glaube ja. Das sind die letzten beiden Awakening-Teile. Und da haben wir einen AP-Boost gekriegt. Das ist, glaube ich, das, was man normalerweise auch dafür bekommt. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht randomized ist und ich mich nie wieder um Puzzleteile kümmern muss. Ich meine, ich werde sie wahrscheinlich trotzdem eif sammeln, wenn sie auf dem Weg liegen. Darum sollte man an den guten Teilen einfach vorbeilaufen. Leider habe ich die Limit-Form noch nicht gelernt. Die wäre jetzt irgendwie cool gewesen, schon mal zu haben. Hierfür einfach für Fanzies. Ich bin mir halbwegs sicher, dass es wahrscheinlich die größte Anzahl an Kills sein wird, die ich je in diesem Kampf bekommen habe. Das ist eine waghalsige Vermutung, das einfach mal so in den Raum zu schmeißen. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie über 100 Kills in diesem Kampf hatte. Wir machen jetzt einfach mal den 1000 Heartless-Kampf. So, einfach mal random nebenbei. Oh, der 1000 Herzlose-Kampf wird mit dem Combo-Finisher auch extrem angenehm. Wenn wir den noch ein bisschen aufschieben, sind wir bis dahin noch total überlevelt. Jetzt sind wir ja immer noch, glaube ich, unter dem Kampf-Level von dem 1000 Herzlose-Kampf. Meine ich zumindest. Wir werden noch drunter. Ich meine, der Hollow Bastion-Besuch ist auf irgendwie knapp 30 oder so vom Level her. Erstmal haben wir jetzt eine Mulan dabei. Sowas komisches aber auch. Wer ist diese Mulan-Frau? Und Autolimme will ich nicht anhaben, wie immer. Hier sind wahrscheinlich noch irgendwelche Schmiede-Items neu. Ja, okay. Gut, gut. Dann haben wir alle Schatztronen da oben gesammelt. Ich glaube, damit sind die Nächsten nur noch in dem Thronsaal, wo wir erst im zweiten Besuch reinkommen. Wo leider über ein Drittel der Schatztruhen von dieser Welt liegen. Unglücklicherweise. Aber so ist es halt diese Einung, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Im Thronsaal sind halt die ganzen Schatztruhen. Da kommen wir, glaube ich, aktuell nicht hin. Das ist nicht, dass ich wüsste. Ich meine, dann müssen wir auf den zweiten Besuch warten. Jetzt müssen wir erstmal trotzdem Richtung Thronsaal. Ne, wenn wir da Shanyu verprügeln können. Das sollte aber eigentlich auch kein großes Problem werden. Wir haben immer noch unsere Helden und unsere Überformen. Wir haben außerdem noch diesen Kampf vor uns. Ja, und dann explodieren wir einfach mal alles. Wunderbar. So will ich das sehen. Dafür kann man so ein Limit auch mal einsetzen. Vor allem, wir werden sowieso wieder volle MP haben. Die Treppen rauf kann man schlecht gleitern. Zumindest nicht mit Gleiterstufe 1. Und dann kommt jetzt der große Shanyu-Kampf. Dann besiege Shanyu, während du das Tor beschützt. Sollte machbar sein. Ja, leider haben wir immer noch keinen Scanner, um zu sehen, wie nah wir denn da dran sind, ihn zu verprügeln. Dann würde ich einfach mal gerne meinen Schaden sehen. Das ist der Hauptgrund, warum ich die Roxas-Welt bis jetzt nicht gemacht habe. Auch wenn wir theoretisch könnten. Ich würde tatsächlich ganz gerne einfach mit Scanner in die Roxas-Welt kommen, um zu sehen, wie viel Schaden ich eigentlich an Axel mache. Und die Viecher wollten einfach weiter in die Tür kaputt machen. Finde ich nicht so schön. Ach du, komm mal her. Oh, er ist davon nicht gestagert worden, wie unglücklich. Aber er war eh tot. Oder so gut wie tot. Okay. Ja, dann... Na, sind wir mit dem Land der Drachen fertig. Kriegen noch ein Rezept dafür. Auch schön. Und dann sind wir wieder hier. Ja, wo wollen wir dann als nächstes hin? Wir waren noch nicht in Agrabah. Gehen wir einfach mal in Agrabah. Aber man merkt gar nicht, dass ich mir das geweihte Land möglichst lange aufschiebe. Ich will kein Löwe sein. Oder wenn, dann will ich es nach Möglichkeit direkt beide Besuche hintereinander haben. Wenn, dann müsste ich mich nicht zweimal daran gewöhnen, wieder Löwe zu sein. Das wäre daher irgendwie so das Optimale, was ich gerne hätte. Ah, der Gegner war noch nicht tot. Komm her. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich mich hier plötzlich wieder um Feinden tatsächlich kümmern muss, weil wir hier nicht mehr total überlevelt sind. Ich glaube, hier müssten wir so irgendwo in den 20ern sein vom Battle Level her. Also, sind wir quasi jetzt da vom Level her, wo wir sein sollten. Das ist immer noch, weil es Beginner ist, immer noch kein großes Problem. Aber es sollte eigentlich kein großes Problem sein. Weil wir mal akkurat gelevelt sind. Und leider habe ich nicht so richtig sehen können, was ich da jetzt gerade gekriegt habe. Als Level Up. Ah, Wella hat einfach ganz normal Highjump 2 gekriegt. Okay. Außerdem hat Goofy Item Boost gekriegt, da er aber eh keine Items dabei hat. Das ist nicht so wichtig. Dann haben wir genau das Rezept, das wir eben bei einem Mogri abgeben können. Apropos. Hallo Mogri. Wie geht's? Was hast du zu verkaufen? Wir haben noch ein paar billige Rüstungssachen. Oh, wir haben einen Defense Boost gekriegt. Könnten jetzt theoretisch ein, äh, kleines Ribbon basteln. In der Theorie, wenn wir denn die Schmiede-Items dafür hätten. Haben wir natürlich nicht. So. Willkommen in den Agrabah. Äh, viele Schatztruhen versteckt. Äh, dafür müsste so genau schon mal eine hier vorne sein. Und dann müssen wir eine hier unten drin haben. Jawohl. Nummer 2. Äh, eine Lost Illusion. Mal wieder. Und Nummer 3. Uh, Dodge Roll. Endlich. Endlich haben wir auch Dodge Roll. Dafür brauchen wir dann nur noch drei AP Boosts mal eben. Äh, eins, zwei und drei. Äh, Abilities. Sora gibt mir Dodge Roll. Ach, wunderbar. Endlich haben wir alle unsere Dodge-Fähigkeiten. Oh, das war jetzt die vierte. Und das hier ist die fünfte Schatztruhe. Dark Remembrance Map. Okay. Dann haben wir das Puzzleteil hier. Sind fünf Schatztruhen alles, was wir hier haben? Eins, zwei. Ne, ne, ne. Ne, es sind noch zwei weitere hier. Ja, ja. Hier oben die beiden. Stimmt. Die gibt's auch noch. Zack. Auto Final. Brauch ich nicht. Und. Yay, ein besserer Quick Run für uns. Da müssen wir jetzt automatisch Quick Run Level 2 haben, glaube ich. Ja. Dann haben wir jetzt Quick Run 2. Wunderbar. Aber wir sind erst zum Palast. Okay. Dann fliegen wir halt mal schnell zum Palast. Na, Palast sind, glaube ich, keine Schatztruhen. Dann hast du aber Aladin dabei. Zieh dich. Es sei denn, Moment, hat allerdings zufällig Lucky Lucky's. Naja, once more. Gut, dann brauchen wir nicht. Ah, jetzt ist unser Quick Run auch tatsächlich aufgelevelt. Man merkt's. Plötzlich haben wir ein After Image, wenn wir das tun. Wie. Braucht wahrscheinlich einfach einmal eine Ladezone, damit die Fähigkeiten tatsächlich im Level aufsteigen. Ach, wunderbar. Der Zyklon hat gut getroffen. Ah, dann müssen wir erst mal zum Händler. Okay. Dann gehen wir halt erst mal zum Händler. Du. Komm her. Oder eben so. Explodier von mir aus. Sollen wir auch recht sein. Ah, Power Stone fallen lassen. Da haben wir Level 22 erreicht. Na, und jetzt bin ich leider schon am Shop angekommen. Da seid ihr ein bisschen zu spät gespawnt. Und ja, hier ist Kampflevel empfohlen an Level, wie es im Deutschen heißt. Ist, äh, 22. Also, wir sind jetzt perfekt genau da, wo wir sein sollten. Nur, dass wir deutlich bessere Schusssschwert haben. Mit Fenrir, dass das tatsächlich Schaden macht und so. Und natürlich, dass wir auch schon so Sachen wie die Überform haben und Quick Run und hast du nicht gesehen. Hilft natürlich enorm. Ja, das ist blöde. Könnt ihr mich bitte einfach an die Puzzleteil hier rankommen lassen? Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Als dass ihr mich einmal kurz daran lassen. Okay, die Schatzmuh nehme ich gerne mit. VR-Combo Plus. Da brauchen wir nicht wirklich. Äh, hier haben wir aber eine High Potion drin. Machen wir auch nicht wirklich. Ah, was jetzt noch fehlt, ist blocken und scannen. Zwei Sachen, die ich jetzt dringend mal haben will. Block und scannen. Das war nicht Reflekt, wie ich es irgendwie erwartet habe. Ich weiß nicht, warum ich Reflekt auf Dreieck erwartet habe. Aber irgendwie habe ich es gerade da erwartet. Das war, glaube ich, immer meine alten Einstellungen habe ich immer Reflekt auf Dreieck gehabt. So, die ersten wieder die neuen gewöhnen. Na, hier haben wir noch ein paar Feinde mehr. Na, zack, den explodieren lassen. Dann holen wir uns dieses Puzzleteil. Auch wenn wir es nicht brauchen. Ich will es trotzdem haben. So, sind die vier die einzigen Schatz-Zonen hier? Äh, eins, zwei, drei, vier. Ne, hier ist noch eine fünfte. Ja, stimmt, da oben ist noch eine. Aha. Da haben wir sie doch. Zack, mit Blizzard Boost für uns. Wenn wir Blizzard denn auch schon hätten. Könnte man sowas ja vielleicht mal anlegen. Darf wir Blizzard aber defensiv noch nichts haben. Hilft das noch nicht so ganz. Dann haben wir hier noch einen AP Boost drin gefunden. Hier ist, glaube ich, normalerweise irgendein Ausrüstungsteil drin. Ah, Frozen Pride Plus. Äh, das ist auf jeden Fall eine Goffi-Waffe. Mit MP hast gar, aber dafür weniger Schaden. Hm, naja, dann bleiben wir bei dem. Können wir für schon haben. Außerdem war das anscheinend eine meiner letzten Potions, die ich gerade dummerweise einfach so geworfen habe. Ja, Vita wäre so langsam auch mal nicht schlecht. Sind wir auch mal ehrlich. Okay. Jo, dann auf zur Wunderhöhle. Das müssten eigentlich die einzigen beiden hier gewesen sein. Da waren wir jetzt hier noch. Welche am Eingang rumliegen. Eine hübsche Schatzshuhe. Ja, hier vorne haben wir eine. Zack. Dann haben wir hier ein Puzzleteil. Und noch ein paar Feinde. Zack, die sind alle explodiert. Ich mag die komischen Zipfler, die sich in Waffen für uns verwandeln. Die tun normalerweise nicht wirklich irgendetwas gegen uns. Und sind halt wunderbare Angriffe auf Feinde. So, dann. Okay. Die Magierinnen sind beide auseinander gefallen. Ah, hier haben wir noch einen weiteren Anthem Report. Auch nicht schlecht. Ich meine, die Dinger bringen nichts, aber wir haben mal einen gefunden. Mal wieder. Ah, wir haben Blizzard gefunden. Ich habe mich hier gerade eben erst noch darüber beschwert, dass wir Blizzard Boost haben, aber kein Blizzard Element. Jetzt haben wir Blizzard. Und dann haben wir unsere ersten Seiten fürs Winnie-the-Pooh-Buch gefunden. Wunderbar. Das heißt, wir können theoretisch mal in den 100-Morgen-Welt gehen und mal das was Sinnvolles tun. Sinnvolle Anführungszeichen. Wow, wieso noch nicht kaputt? Stirb. Danke. Okay. Das müssten, glaube ich, alle vier Schatzzonen in dem Raum gewesen sein. Ja, dann haben wir jetzt theoretisch Blizzard. Gib mir mal Blizzard. Ansonsten, ja, haben wir unsere ersten verlorenen Seiten. Sehr gut. Ja. Und wir haben natürlich Blizzard. Ganz wichtig, das auch mal abzuhaken. Jetzt muss ich nur noch Abu da hinten rüber schleppen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Da ist Lauf. Lauf, Abu, Lauf. Abu, Lauf. Und springen. Und lauf. Und springen. Und lauf. Und dann sind wir da. So, dann haben wir einen AP-Boost für gekriegt. Davon habe ich aber noch gar nicht genug bekommen. Aber diese... Der Randomizer bringt einem wirklich bei, wie viele Abilitamine man in diesem Spiel tatsächlich findet. Ist ja der Wahnsinn. So viele AP-Boosts. Aber besiege alle Feinde in der Zeit. Sollte machbar sein. Goofy macht auf jeden Fall gute Arbeit. 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 Äh, da kam der Reflekt mal wieder ein bisschen sehr spät. Oh, das hat ihn aber trotzdem zerlegt. Oh, das Pull-Teil. Nächste Böllerwampe. So, das hat funktioniert. Sehr gut. Und dann... Ist hier dieses ganz fiese Puzzleteil irgendwo. Da, wir haben's. Sehr gut. Oh, und den auch erledigt. Sehr gut. Noch mehr als genug Zeit übergehabt. Alle Puzzleteile auf dem Weg mitgenommen. Auch wenn sie nix bringen anscheinend. Aber mitnehmen kann man ja mal, ne? Dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal noch zwei Schatztruhen. Die rechte hat noch einen Anthem Report. Okay. Und die linke... Hat für uns... Oh, eine Cosmic Arts. Ich meine, das ist ein ziemlich gutes Equip. Ich meine, es heißt Cosmic Arts. Man sollte meinen, dass gut ist. Ja, mit 7-2-2 würde ich mal behaupten. Das ist verdammt gut. Ich will die Combo-Plusse nicht wirklich haben. Und wir können noch eine MP-Hast anlegen. Das kann nicht schaden. Und wir können auch noch Blizzard-Boost anlegen, weil warum nicht? Das ist nicht mehr. Das ist magisch verschlossen. Jetzt nicht mehr. Äh, waren das aktuell noch alle Schatztruhen? Nee, hier in der Wunderhöhle selber sind noch welche drin. Da kommen wir aber, glaube ich, noch nicht dran, ne? Da werden wir jetzt hier erstmal in den Kampf festhängen und danach aus der Höhle, glaube ich, rausgeschmissen werden. Ja, das ist normalerweise der Kampf, in dem man die weißen Formen ordentlich leveln kann. Aber da wir die weißen Formen noch nicht haben, können wir das nicht. Dann müssen wir das also auch so machen. So, zack. So, jedenfalls ist der Kampf mit den drei Böllerwappen hier ganz am Ende. Gufi kriegt nochmal Protect-Gar. Ähm, mit den drei Böllerwappen da am Ende ist tatsächlich auf kritisch immer einer der härtesten Encounter. Die machen ordentlich Schaden, die Viecher. So, wir haben, glaube ich, gerade für Sora noch einen, äh, Accessory-Slot gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. In dem Fall würde ich ihm gerne noch einen Accessory geben. Äh, du kannst mal... Oh, an dem man den Mikro-Ring ist schon okay. Okay, müssen wir nicht ganz so viele AP-Boosts einsetzen. Und da müssen wir schon bei den Bossen sein, ne? Zack. Überspringen wir das Ganze mal und dann haben wir jetzt hier unseren Vulkan-Lord und unseren Blizzard-Lord. Lord, Lord. Ja, ja, ja. Ach, dann... ...schmeißen wir euch direkt mal aneinander. Den können wir auch mal direkt irgendwo anders hinpusten. Ach, komm, du darfst auch mal auseinanderfallen. Na, na, den können wir auch wieder in den nächsten schmeißen. Ach, komm, fall auseinander. Ja, die können nicht so richtig viel tun. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich auf einem... ...mehr oder weniger normalen Level für die Welt. Aber halt... ...glaublich, dass wir... ...fähigkeiten haben, die wir noch nicht haben sollten. Und Schlüsselschwerter und Stats haben, die wir nicht haben sollten. Das Ganze hier trotzdem immer noch extrem einfach. Das ist nicht mal mehr einfach nur... ...ja, okay, das ist auf Beginner, dass es so einfach ist. Also einfach... Obwohl wir auf einem angemessenen Level sind, sind wir einfach etwas überpowern. Ist aber auch nicht schlimm. Müssen wir nicht immer ständig unterlevelt sein. Das kommt schon wieder früh genug, dass wir plötzlich wieder unterlevelt sind. Na, dann... ...nutzen wir mal noch ein bisschen die... ...Heldenform aus. Wunderbar. Kriegen wir einen Promise Charm. Okay, das müsste, glaube ich, das Ding hier sein. Ich weiß nicht, warum das auf dem Tracker drauf ist, weil ich nicht weiß, was es tut. Aber... ...es ist da. Ähnlich wie die komische Hardiskap-Trophäe. Die mit auf dem Tracker drauf ist. Bin mir nicht sicher, was sie genau freischaltet. Oh, und eine Cursed Medallion gefunden. Gut, dass wir das schon mal haben, schätze ich. Äh, dann haben wir gerade Agrabah einmal geschlossen. So, äh... Ja, dann... ...würde ich sagen, schauen wir doch mal mit dem Morgenwald vorbei. Jetzt, wo wir mal eine verlorene Seite haben und so, können wir hier tatsächlich mal ein bisschen was erkunden gehen. Also nur die eine Seite. Hallo, Puber. Oh, hier finden wir... ...einen Serenity Gem. Aha. Einen AP Boost. Und noch einen AP Boost. ...ääh, komm schon, da muss ich doch rankommen können von hier aus schon. Ja, wunderbar. Äh, hallo, Puh. Okay, anscheinend war die Seite nur dafür da, dass wir hier mal eben die Schatztruhen abholt haben. Da hätten wir natürlich auch schon eher kommen können. Äh, apropos... ...ä, Schatztruhen. Ja, jetzt haben wir noch drei auf der nächsten Seite. In Agrabah die beiden in der Wunderhöhle könnten wir theoretisch abholen. Aber da starten wir halt komplett eine ganz neue Welt mit, wenn wir da reingehen. So, äh, hier haben wir eine Schatztruhe. Einen Mitrilschatz, okay. Und eine zweite Schatztruhe. Mit dem Sleeping Lion. Ah, wir haben mal wieder ein neues Schlittelschwert gefunden. Das war schon eine Weile her, dass wir davon wieder eins gefunden hatten. Und hier haben wir noch Schatztruhe Nummer drei. Mit einer Karte. Uh, ganz was Feines. Äh, dann schauen wir doch mal, was tut denn Sleeping Lion. Sleeping Lion hat Draw. Okay. Ähm, ja. Die ist nicht so superinteressant. Anscheinend muss ich die Minispiele trotzdem spielen. Habe ich so das Gefühl. Da freue ich mich ja. Ja. Rette Ferkel, bevor die Zeit abläuft. Ja, und hier kriegen wir jetzt noch nicht mal den Highscore schon für. Stattdessen können wir mit unserem riesen Reichweite Fenrir einfach mitten in der Karte rumhängen und alles zerfällt neben uns. Solange wir brav Angriff weiter spellen. Oh, ein großer Tornado. Ist ja gut, dass Puh keine Probleme damit hat. Es hat einfach riesige Tornados durch die Gegend fliegen. in seinem 100-Morgen-Wald. Oh, wir haben einen Baum verpasst. Wie tragisch. Oh, mehr Honig-Töpfe. Mehr alles. So ein spannendes Minispiel. Das Ding kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass der Tornado noch irgendwas tut. Tat er aber nicht so ganz. Währenddessen hängen wir jetzt einfach weiter und warten hier mal darauf, dass das Minispiel irgendwann zu Ende ist. Hooray. Ja, da haben sie ja die erste Seite hat sich ja da schon mal richtig gelohnt. So. Wir haben immerhin einen Sleeping-Line gekriegt. Das Ding ist immer noch nützlich. Okay. Ja. Haben wir das auch hinter uns? Jetzt die Frage, ist das hier als... Ja, ist hier als mehrere Dings abzuhalten. Dann machen wir einfach mal... Wir haben die zweite Seite damit abgeschlossen. Schätze ich. Oder haben wir nur die erste abgeschlossen? Na, wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir, ja, auch weiter Welten abklappern, in denen wir noch gar nicht waren. Und, ja, mal schauen, was wir da so schönes finden werden. Bis dahin. Aloha.